Unter Vitalion schloss ich meine Ausbildung ab und erhielt sein Versprechen. In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien. Diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs. Die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten. Und den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel, wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde. Missionäre, bereit machen für die Landung. Fester Boot und warmes Essen erwarten uns. Nenner, Antworten vorbereiten. Centurium! Die Ketten heben sich! Drei Falle blockiert! Die Ketten navy zerstört! Die incredible anderen romb ударen auf jeden Fall! bye! Aus mit der Zerturio! Lässt die Kette! Los! Untertitelung des ZDF, 2020 Senke die Hafenkette ab. Es tut mir leid. Nur eine allgemein blöde Frage. Können Römer überhaupt schwimmen mit dieser Rüstung? Die müssen doch sauschwer sein, oder nicht? Oder waren die damals gar nicht mehr so schwer? Ich weiß es gar nicht. Das zu wissen würde mich aber interessieren. Ich mag generell das Römerreich eigentlich. Also die Geschichte. Nicht die Zeit selber. Wenn du den Kettenturm nicht ausschalten, wird unsere gesamte Flotte zerstört. Ja. Weil so schwerfällig, wie der nach oben klettert, müsste die Rüstung eigentlich doch schwer sein, oder? Das ist meine Theorie zumindest. Ist meine Theorie. So. Halte X oder Y gedrückt für einen heftigen... Achso. Ich drücke mal beides gleichzeitig. Und einmal Presse und hier Magenschmerzen. Und der Doktor wartet schon. Bäm. Oh nein. Jetzt einmal. Fletch. Fletch. Hohohohoho. Das nenne ich mal ein... Na du Taumelinchen. Hier. Au. 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 Na gut. Den Special Kill konnt ich wohl nicht machen. Und zack. Lass es dir schmecken. Boah, die Kill sind so geil und einfach. Komm her. Komm her, du Bitch. Komm her. Ich mach dich weg. Okay. Kuck, look jetzt. Was haben wir denn hier vorne? Ist das nicht bis ein großes Skelett? Naja, egal. Anatomie war noch nicht so meine Stärke. Naja, was wollte ich jetzt? Nee, war gerade ein bisschen irritiert hier. Und. Fletch. Ich wollte irgendwas gesagt haben, aber keine Ahnung, hab's vergessen. Was soll ich denn zu dir sagen? Genau, was ich sagen wollte. Die Barbaren überzeugen eigentlich nur durch einzig allein die Masse. So. Das ist so ein Nacken hier. Gibt es noch irgendwas um einzusammeln hier? Gibt es noch irgendwas einzusammeln? Nee, ne? Na gut, ist auch kein Open World Spiel hier, ne? Ist doch nicht SS Creed oder sowas. Hast du nicht erwartet, Römer? Hä? Und deinem eigenen Kettenturm zerschmettert. Hahaha. Gib das jetzt her. So. Arme bitte. Und bam, und zack. Und bam, und zack. So, wer will jetzt Probleme? Hier kommen. So, zack. Und mein Freund, du gehst jetzt mal ohne zu schlafen hier. Bäm. Und nein, falsche Taste. Und so. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Zwar. War eigentlich noch einer von mir hier gewesen? Ich hab keine Ahnung. Der Blick. Und zack. Wenn einer Abschaum ist, dann seid ihr's. Zack hier. Und zack, ja. Scheiße. Hier, komm, hier kriegt man ein Shit in die Fresse. Das gefällt dir auch so schön. So. Der hat morgen Nacken. Kann ich irgendwie meine Pfeile noch auffüllen? Nein. Ich hab nur den einen. Okay. Na, ist nicht schlimm. Es gibt Schlimmeres. Und hepp. Der ist tot. Der ist tot. Männer, hört mir zu. Unsere Flotte ist zerstört. Das Ufer ist in Feindeshand. Unsere Männer sterben im Wasser. Wir müssen uns zurückziehen. Er ist tot. Tod. Er muss tot sein. Ziehen wir uns zurück. Haben wir einen Sammelpunkt. Keine Ahnung. Hat da niemand mit gerechnet? Die Vortrags standen nicht gut. Sie standen gut. Die Dialoge sind irgendwie, äh... Oh, ich wollte eigentlich, äh... Au. Ah, zack. Au, ah. Das tut so weh. Alle beim Zusehen. Au, ah. Zu früh gedrückt. Oh, kacke. Ich drück immer viel zu früh. Oh, verdammt, wo kommen die alle her? Hi, warte. So, und dann haben wir. Bam, 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 bam. Äh. Ja, mal blödlängst hier irgendwo rumschlagen. Ich will nicht so einen Schiff nicht mehr kregen. Weil die so massiv wie die sind. Oh, falsche Taste. Oh. Naja, geht trotzdem... Treffer. Sind noch Farb. Ne, ist kein Wogenschützen wieder. Aua. Oah. Oh, meine. Naja, was hab ich... Soldat. An die Front. Ja, laufen wir mal durch. wie schon erwähnt das spiel hat keine bugs so wie er da hochklettert das ding muss echt schwer sein ok aber wir sind zu spät ja so wird es gemacht vor allem wie die jetzt schießen ok ich dachte schon ich müsste wieder na los na los vorbei ist drei schritt marsch da hängt jemand mal arbeiten der jungen ok eigentlich müssten sie runter treten und x und y und tschüss numero uno ja ich bin dabei hallo würdest du mal bitte hoch mit dem gegengewicht hoch mit dem gegengewicht starke angriff ja zweite taste egal du gehst mir meist am sack hier einfach weil du der pusty bist so ich wollte erstmal hier und ich kann nicht ausweichen und gleichzeitig a drücken also wenn ich a drücke ohne dass ein angriff äh geblockt wird das ist ja auch immer blocken muss hier anstatt aus zu äh ähm angriff abzubrechen setze den angriff immer fort wieder das eine noch das andere so und ja 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 gut auch 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 falsche taste ich weiß irritiert weil da jemand innen drin stand oh verdammt und zack ich bin grad ein bisschen ruhig ich weiß was hab ich nicht getroffen halt auf mach so war es das jetzt gegenwicht in position los war es zu Achtung, Männer! Ein mutiger Mann! Ich lebe den Tod! Einmal! Feuglinge! Immer wieder! Jetzt haben wir das Blut, dieser barbaren Vergossen! Sie wissen jetzt, dass sie bluten wie wir! Bereit! Und los! Vorwärts! Zerstöre den Katapult-Tor! Los, Männer! Wir schaffen es, Prof. Wir brauchen... Wir tragen hier! Wǚ in die Fläche! Wir werden sie sä paniclized in jeder Fläche! Nächster, mein Freund. Deinen starken Angriff kannst du dir sonst hunden stecken. Alles hier, das römische Volk hier, ihr miesen Barbaren, ihr werdet alle sterben, verrecken elendig und dorthin geschickt, wo ihr hergekommen. Nächster, mein Freund. Und zack und bam. Da hat mich der eine Soldat doch voll abgelenkt. Okay, man drückt jetzt die Taste richtig jetzt. So. Und weil du unbedingt so ungeduldig warst, mein Freund, kriegst du den Echse pure ab. Ah! Ah! Oh! da du kommst als nächstes mein Freund hier deine Massefaktions-Arm-Technik muss sich ändern so uuuuh unsere Flotte wird zerstört wir müssen diesen Turm außer Gefecht setzen uuuuh das war ein fetter Angriff ich drück's halt die ganze Zeit A aber ok toll der letzte trifft mich das kommt ich kann mich doch eh nicht treffen ja na los wer von euch ist zuerst tot naja die Barbaren wie gesagt die überzeugen nur durch Masse aber Masse allein gewinnt keinen Krieg wir müssen die Marikade halten bis unsere Schützen eintreffen Legionäre Linie bilden komm schon Männer nehmen wir diese Feste ein los 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 erstmal wieder hier ja passt auf au das ist unfair ja du Arschloch aber keine Pfeile mehr und nur noch die zwei alles klar und wieder keine achso hier ist noch welche hallo würdest du mal bitte Marius einsatz mal Alter noch mehr von einer Seite ne ja aber klar ach alter warum braucht denn der so Arschlange zum Ziel so Verstärkung mindestens eine hätte getroffen werden müssen mindestens so jetzt müssen wir überlegen da oder da auf die Dächer Deckungsfeuer für Marius bietet Unterstützung für den Nahkampf hat aber den Nachteil dass du den eigenen Pfeilen ausweichen musst an die Front Türme werden unterdrückt unterdrückt den Beschuss durch gegnerische Schützen aber keine Unterstützung für den Nahkampf das muss ich jetzt nicht überlegen nimm das da nimm das da nimm das da ist sinnvoller das das so das das Oh, genau. Ich hab nicht gesehen. Gelb sind nicht schlecht. Ich hab einen Pfeil im Kopf. Ich will nicht so'n Schild in die Fresse kriegen. Toll. Eieieie. Das ist sehr einfacher. Aber naja. Autsch. Wir sind hier lang. Ja, darf ich mal? Danke. Flankieren. Definitiv flankieren, mein Freund. Ich würde gerne Hallo. Ich würde eigentlich das Ding da aktivieren, aber... Und zack, so einfach geht's. Das ist eigentlich mal perfekt flankiert, mein Freund. Und... Und... Bäm! Und zack! War jemand Probleme? Hier, ich gehe... Ja, ich würde es schicken, mein Freund. Ein Präsent aus der Heimat. Wow. Was macht ihr jetzt weiter? So, wäre das doch heute dicht. Schon wieder. Ja, du Soldat, du stehst mir im Weg. Ah, da bleib ich an der Leiche hängen. So. Alter. Da war jetzt irgendwie grad total ein Wurm in den Tasten drin. Ich wünsche mir, man könnte jemand einfach irgendwo runter treten, das wäre geil. Er deckt den Württelmechanismus, wenn er sich an Fiel umgreift. Lass ihn nicht herüber. Au. Ah, Mann. So, der Nächste. Ja, komm her, mein Freund, komm her. So. Geil, das Heulelicht. So. Wow, Zielgenauigkeit. Ist auch nicht so deren Schalke, oder so knapp. Folgt mir. Bis in den Tod. Es ist eine Ehre, mit seinem Sohn zu gehen. Hier, lang. Die Treppe hoch. Los. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hatte ich nicht vor. Auch wenn es gerade nicht sehr danach aussieht. Ah, oh, oh, oh. So ein Schütter in die Fresse stellt mir richtig extrem schmerzhaft vor. Au. Was hat das denn jetzt? Oh, falsche Taste. Wolltest du mich gerade angreifen, du dreckiges Pinosapienschwein hier? Wann hatten die Zeit, den da aufzuhängen? Oder den da. Komisch. Die Barbaren sind echte Barbaren. Oh gut, ich kann das einsammeln. Hallo. Durch den Eisdreck. Noch jemand? Das war knapp, Marius. Nein, falsche Taste. Aua. Der triggert irgendwie die Feitschen gerade. Habe ich heute nicht vor. Sterben liegt mir nicht so, habe ich gemerkt. Aber wenigstens werden die Gegner auch von ihren eigenen Katapulten angegriffen. Wie wird unser Satz? Oh. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt, oh verdammt, ich bin gefahren. Oh verdammt. Schuss mit dir. So, du bist doch älter hier. Komm her. Lass es mal durch den Kopf gehen, mein Freund. Bam. Hush, little baby. Oh, das war, das war aber lucky. Das sind Doppelangriffen immer, ne? So, du bist mein größtes Problem hier. Oh so, das war schon, okay. Was kommt da jetzt? Was hat denn er mit seinen Nippeln gemacht? Nein, das wollte ich gar nicht. Gut, ich hab den Big Boss mal eben so mit zwei Fallen gekillt. Das kann man mal machen. Muss man aber echt nicht. Katabulefeuer. Feuer! Feuer! usrufen! Wasser! Haus! 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 Kommandant Italien! Kommandant! Kommandant! Wir haben heute viele tapfere Männer verloren. Marius, du hast bewiesen, dass du ein Anführer bist. Du hast dir den Respekt der Männer verdient. Also, nimm diesen Helm und trage ihn. Legionäre, salutiert eure neuen Zenturion! Argus, 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 Argus! Schauen gut, schauen gut, beruhigt euch! Beruhigt euch, Männer! Jetzt wisst ihr, was von den Barbaren zu erwarten ist? Sie sind eine Meute wilder Hunde, die uns bis aufs Blut bekämpfen! Aber sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Rom ist Zivilisation! Rom ist Gesetz! Rom ist Stärke! Und hier draußen sind wir Rom! Kommandant! König Oswalds Barbarenhorde marschiert auf York! General Commodus und die sechste Kohorte haben den Feind angegriffen! Doch ihr Schicksal ist unbekannt! Mach die übrigen Boote fest und entladet sie! Und mach die Truppen bereit! Wir marschieren! Nach York!